Begleiten Sie uns auf unserer Zugreise mit Ivan Kristev und hören Sie seine nüchterne Analyse der Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Will man Dinge zum Besseren verändern? Sie fragen, wer sind Sie? Was sind Sie hier? Sie sagen, wir sind die Seben Samurais, die von dem Film, und wir sind hier, um das Land zu machen, eine bessere Stelle zu machen. Aber warum sind Sie nur drei? Die anderen vier sind arbeiten. Ich glaube, die Geschichte der Samurais der Samurais bestätigt, was die größte Herausforderung für Reformen und Aktivismus in diesen Tagen ist. Wir leben in einer Welt, in der, wenn Sie wollen Sie Ihre Leben ändern, ganz oft, es macht viel mehr Sinn, um den Land zu ändern, als zu versuchen, den Regierung zu ändern. Aber wenn es ein Civic-Aktivismus wirklich interessiert, wenn es Menschen, die nicht nur ihre Leben ändern, sondern ihre Leben für andere Menschen ist, dann sind sie die Menschen, die zu bleiben. Aber es wird euch more... Und du gehören, danke dir.